Captain Yuri Watanabe. Lagebericht. Felicia Hardy, alias Black Cat, wird vermisst und ist vermutlich tot. Gemeinsam mit Magia Don Hammerhead wollte sie die anderen Magia-Familien erpressen. Doch Hardy betrog Hammerhead. Der wiederum schlug mit gestohlenen Sable-Waffen zurück. Brutal. Hardy und das Erpressungsmaterial wurden Opfer seines Angriffs. Jetzt will Hammerhead Blut sehen. Erpressung ist keine Option mehr, also zieht er in den Krieg und hofft die anderen Magia-Dons zu eliminieren. Dafür hat er sich weitere schwere Waffen angeeignet, die Sable beim Abzug zurückgelassen hat. Wir haben so viel Sable-Ausrüstung wie möglich beschlagnahmt, aber vielleicht nicht genug. Es tobt ein Bandenkrieg und New York steckt mittendrin. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück. Die Magia hat Hammerhead im alten Harlem-Sanatorium festgenagelt. Wenn wir seine Männer ablenken, könnte sich ein kleines Team ins Gebäude schleichen und ihn lebend da rausholen. Wir haben nur einen Versuch. Den müssen wir nutzen. Spidey, guck mal. Cool. Das ist gegen die Regel, Lieutenant. Tut mir leid, Captain. Geschenk von meinem Kleinen. Man hat ja nicht jeden Tag mit ihm zu tun, ja? Ich lass es durchgehen. Diesmal. Und jetzt zurück auf Position. Ja, Ma'am. Dann mal los. Wer ist das? Das ist die Spinner! Habt ihr in die Kunst des Krieges was über Irreführung gelesen? Nein? Gut. Ein Magia-Bürger-Krieg. Hammerheads Männer gegen all die anderen Familien. Ich stecke mittendrin. Na ja, klar. Unglaublich, dass Hammerhead ein altes Sanatorium als Basis gewählt hat. Nein? Moment. Ich glaub das absolut. Ich muss die Aufmerksamkeit der Typen auf mich ziehen, während Yuri und ihr Team versuchen, Hammerhead zu schnappen. Alle Donns sollten so ähnlich wie Hammerhead heißen. Mal sehen. Wie wär's blöd für Elch? Das ist ein majestätisches Tier? Oder Schattenwochen? Um bei mir das Thema zu bleiben? Ey, ich mach hier Brainstorming! Vorsicht! Wir verlieren Leute! Aus dem Weg! Wir werden ein Geschenk! Du bist ein Magia! Wo ist er? Vergesst Hammerheads Leute! Alle auf die Spinne! Hammerheads Leute gegen den Rest der Magia! Ja, das ist wie eine Party, auf der man alle hasst. Niemand kann uns aufhalten! Holt ihn aus der Luft! Du bist ein Ding! Rassist! Das wird besser! Wann getroffen! Das hier ist Magia-Gebiet! Du schreibst das! Die Magia wird dich vernichten! Leidet mich runter! Schlagt ruhig weiter aufeinander ein! Ich überwache das Ganze nur! Beide Seiten sind sich gerade unterbesetzt! Was? Mehr Martyr-Schläger! Mehr Hammerhead-Schläger! Mehr Zerstörung öffentlichen Eigentums! Juri, alles klar bei dir? Eliminierung bestätigt! Bestätigt! Machen weiter! Bewegung! Bewegung! Ja, alles klar! Ich brech dir die Kiefer! Zu schnell da oben! Eklig! Hey! Ich halte das ewig durch, Jungs! Muss aber auch nicht sein! Halt dich aus unseren Geschäften raus! Niemand kann uns aufheißen! Halt dich von allen Seiten, Leute! Der Kerl legt's drauf ab! Töte dich! Halt dich! Du händest wie ne Fliege an der Windschutzscheibe! Die Insektenwitze werden echt alt! Weißt du, dass ihr ihre Schilde geborgt habt? Ich mach dich fertig! Hey! Kann sich nicht bewegen! Wenn ich fertig mit dir bin, ziehen sie dich von den Weg! Wir verlieren so viel, Jungs! Also, ich kenne ja einen mit dem cooleren Schild! Ich bin gefangen! Das war ungefähr so hart wie erwartet! Mal hören, was Yuri macht! Hey, Yuri! Draußen ist alles klar! Wie geht's deinem Team? Ah, schlechter Empfang! Sie muss wohl im Keller sein oder so! Ich muss ihr hinterher! Oh, toll! Schön gruselig! Hier spukt es bestimmt nicht! Ich weiß, Yuri kommt schon zurecht! Aber irgendwas stimmt da drin nicht! Ich muss ihr hinterher! Hoffentlich gibt's hier keine Klogeister! Das wär mir jetzt echt zu viel! Vermutlich wird nicht jedes Sanatorium von den Geistern gequält der Patienten aufgesucht, aber... dieses hier wohl mit Sicherheit? Hey, Yuri! Hörst du mich? Ah? Ein Versuch was wert! Bitte Ruhe bei der Infiltration! Sieht nach Hammerheads Operationsbasis aus, aber kein Hammerhead und keine Yuri! Sie haben um Bezirke gespielt! Darum wer die Kontrolle bekommt, wenn der Rest der Magia raus ist! Na viel Glück! New Yorker werden gerne herumkommandiert! Die anderen Magiadons sehr subtil! Juri! Das klang nicht gut! Ich muss zu ihr! Schnell! Auch ne Abkürzung! Wo kamen die denn her? Wen kümmern's? Überall Cops! Und die Spinne ist auch hier! Wir schalten sie aus! Wir schalten alle aus! Weißt du, was in dem Raum ist? Ich sollte diesen Kerl aus dem Weg räumen! Wir schalten sie aus! Wir schalten sie aus! Im Ernst? Oh ja! Du magst mal versuchen, Vater Kost! Na! Sparer mit ihr! Töte dich! Vorsichtig! Wir füllen hier von allen Seiten los! Holt mich hier raus! Hau lieber ab! Das waren alle! So, was sollten Hammerheads Schläger hier für ihn bewachen? Sable-Technologie! Aber... Was ist das andere Zeug? Und wie hat Hammerhead es in die Flossen gekriegt? Ganz schön viel Zeug zum Livestreamen. Von Screwball gibt's dafür sofort das. Ist neu. Wirkt zu... Professionell für ein Hammerhead-Produkt. Überwachungs-Videos. Yuri muss da doch auch drauf sein. Ich muss sofort da rein. Sie haben das Sicherheitssystem umfunktioniert. Na los, Yuri. Also ich... Hab ja Manieren. Wenn es klopft... Sag ich herein. Nein. Aber ihr musstet euch reinschleichen. Das ist das Problem mit euch neuen Korps. Kein Respekt. Feigling! Klar, früher mal. Da hatten wir euren Respekt. Ihr schlug zu. Wir schlugen zurück. Zeigten euch euren Platz. Leerten euch das fürchten. Aber jetzt... Jetzt glaubt ihr, eine steife Brise wirft uns auf. Die Furcht muss zurückkehren. Waffe fallen lassen! Hände hinter den Kopf! Eher nicht. Captain. Es tut mir leid. Na los. Sofort. Da ist sie. Da ist die Furcht. Na los, Captain. Tun Sie's! Da ist die Furcht. Yuri von Bestow! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR